und reingestoppt wir haben die drei bücher wir haben reingestoppt und haben die drei bücher machen wir den sound von der slot dann machen wir mal pause hier bei unserer musik und ich wünsche mir jetzt eins ich möchte eins ich möchte dass ihr alle eure daumen drückt ich lege sogar die zigarette weg damit ich mir auch die daumen drücken kann es geht los meine freunde ab geht's habe ich schon abgespeichert 400 prozent bonus werden dann 250 einzahlen wenn du 250 einzahlen hast du zum beispiel 1000 also 1000 kriegst du noch drauf dann hast du 1250 so rum so wir haben mal wieder queen queen ist ja beim ersten book of war auch nicht schlecht gelaufen hatten wir ein vollbild glaube ich nee wir hatten beim ersten book of war hatten wir jack als wir queen gekriegt haben ist nichts gelaufen wir haben einmal jack abgeräumt wir haben einmal zehn abgeräumt und jetzt sind die queens dran ab geht's der erste dreier nehmen wir mit dankeschön weitermachen wieder weitermachen wieder bloß nicht aufhören hopp aufräume aufräume jetzt macht er wieder wahr du server antwort ich hoffe dass hier wird die ruhe vor dem sturm ansonsten fresse ich ein bese ehrlich heute nehme ich den monitor mit nächster spin nochmal ein dreier ja drücke beide würde auch 10 drücken wenn mein fuß nicht kaputt wäre oder schepperts voll bild hoffen maß hoffen maß vier spins haben wir noch übrig freunde kommen schon grüns verlängern auch nicht weder noch normalen dreier queens hier vorletzter spin und ein volles bild haben wir hier meine freunde geiler scheiß sehr sehr schön sehr sehr schön ach gott normen ich küsse dein herz bro für den call richtig gut 500 euro direkt mal geschnappt hier sehr schön und gehen wir mal den letzten spin an ab geht's ok nochmal ein dreier hier zum abschied sehr schön 640 euros mitgenommen die schmecken natürlich außerordentlich gut wenn es natürlich so schnell geht geil normen ich küsse dein herz bro feine sache so